Herzlich willkommen, mein lieber Krebs, zu deiner kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute für dich auf die Woche vom 17. bis zum 23. Juni. Ich mische jetzt erstmal die Karten locker in der Hand und wir schauen, worauf du achten darfst, was dir die Karten da empfehlen. Und beziehungsweise, oppala, was ist das denn hier? Hohe Priesterin? Nee, Jerofant. Oh, das scheint eine gewichtige Woche zu sein. Okay, die eine Karte ist in meinem Schoß gelandet. Okay, da scheint es drauf hinaus zu laufen. Gut, wir haben hier den Jerofanten. Diese Karte zeigt immer Verantwortung, übernehmen, manchmal auch Absolution. Dieses, ich vergebe jemandem, ich gucke mir das große Ganze an und dann entscheide ich. Bei diesen beiden Karten in der Kombi, da geht es nicht mehr um Kleinigkeiten oder ich verrenne mich in irgendeiner Sache, die irgendwie eine Kleinigkeit zu sein scheint, über die ich mich total aufrege. Da fällt mir dieses Sprichwort ein, aus der Mücke einen Elefanten machen. Das ist in dieser Woche gar nicht das Thema. Guck dir das große Ganze an. Also wirklich die komplexe, ganzheitliche Geschichte zu diesem Thema oder zu diesem Menschen, was dich da gerade umtreibt. Manchmal ist es so, dass wir uns mit Menschen entzweien, weil die vielleicht etwas Falsches gesagt haben oder wir etwas falsch in den Hals bekommen haben. Und dabei vergessen wir, wie viel Zeit wir mit dieser Person verbracht haben, wie oft sie uns geholfen hat. Und das ist hier an der Stelle wichtig. Nicht diese kleinen Streitereien, die man hat, diese kleinen Uneinigkeiten, sondern guck dir wirklich das große Ganze an. Beide Karten implizieren, dass sie eine erhöhte Wahrnehmung haben. Das heißt, von einer höheren Warte aus Dinge überblicken und sich dann festlegen erst. Und das ist tatsächlich ein bisschen Arbeit. Das muss ich auch tatsächlich sagen. Das geht hier nicht darum, sich das einmal anzugucken, sondern dann daraus seine Schlüsse und seine Konsequenzen zu ziehen. Acht der Münzen zeigt eine ganz starke Arbeitsenergie. Dieses, ich arbeite dran, ich versuche das irgendwie zu regeln, ich versuche das vielleicht auch in mir selber zu regeln. Vielleicht auch irgendwie einer Person zu vergeben, die etwas getan hat, bei der ich, ah, schwierig. Es ist so, ja, wobei ich aber auch sagen muss, es ist eher so, diese Absolution ist hier tatsächlich auch im Vordergrund. Dieses, ich vergebe etwas, was vielleicht sonst nicht auf meiner Liste der Vergebung zu finden ist. Wir haben, worauf es hinausläuft, ist das Ast der Kelche. Da fließen wieder Gefühle und was ich hier wichtig finde, ist die Friedenstaube. Das heißt, hier ist auch eine Chance, eine Sache mit einer Person zu befrieden und da wieder in den Kontakt zu kommen. Ich bin sonst ein großer Fan. Menschen, die euch nicht gut tun, dreht euch um und geht weg. Aber das hier scheint eher was zu sein, wo man sich vielleicht, ich sag mal, wo man es künstlich aufgepusht hat, was doll war. Wo man das Gefühl hatte, oh, das hat mich jetzt aber so doll verletzt und im Nachhinein vielleicht mit ein bisschen Abstand war es gar nicht so dramatisch. Von daher schaut euch die Sache ganz genau an, versucht dann eine erhöhte Warte einzunehmen. Und wenn ihr es nicht verzeihen könnt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Wenn ihr es verzeihen könnt oder euch vorstellen könnt, ja, kleines Gedankenexperiment, dann fangt an, dran zu arbeiten. So, ich schließe die Legung. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Was ihr aus der Legung macht, ist wieder euch überlassen. Ihr habt den freien Willen und die Selbstverantwortung. Und bis zum nächsten Mal.